Jetzt, wo, eins, zwei, drei, vier... Erst wird sich aufgewärmt, dann geht's richtig los. Über 200 Cottbusser und 100 polnische Senioren aus der Partnerstadt Dzilunagura sind schon ordentlich am Schwitzen. Sie sind beim Seniorensportfest des Stadtsportbundes dabei. Heute soll auch noch der wärmste Tag der Woche sein. Doch das heiße Wetter macht den Hobbysportlern gar nichts aus. Einfach die Bewegung und auch das Milieu, das ist irgendwie toll in so einer großen Gruppe hier mitzumachen. Und ja, ist immer wunderschön. Ich mache das eigentlich schon drei, vier Jahre. Weil es einfach schön ist, in Gemeinschaft Sport zu treiben und das heiße Wetter. Bei der guten Versorgung mit Wasser und mit allem drum und dran schaffen wir das alle mal. Ich war interessiert. Also ich wollte mal wissen, was hier los ist. Weil ich von Drehwitz komme und denke, mit dem Fahrradteil kommen, was hier los ist. Das ist schön. Also das gefällt mir. Vor allem merkt man, oh, Muskelkater. Über 20 Stationen können die Senioren absolvieren. Bei der Wärme wird alle acht Minuten eine Pause gemacht und gewechselt. Gerade bei den Temperaturen sind Ruhephasen und genug zu trinken wichtig. Die Teilnehmer können sich beim Torwand schießen, Curling oder auch Tischtennis beweisen. Jeder kann dabei sein, egal ob man regelmäßig im Vereinssport macht oder nur so vorbeischaut. Seit über 20 Jahren wird das Seniorenfest durchgeführt. Das wird auch von der Cottbusser Sportjugend unterstützt. Das Fest ist beim Stadtsportbund mittlerweile Tradition. Seit vielen Jahren widmen wir uns ja auch dem Senioren-Sport, weil die Stadt, das weiß, glaube ich, jeder vom Alter her doch wirklich in die Richtung Senioren geht. Und deshalb ist es unser Anliegen, nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Senioren die Möglichkeiten zu bieten, sich hier sportlich zu betätigen. Ganze zwei Stunden trainieren die Senioren hier für ihre Fitness. Im nächsten Jahr können sie wieder beim Sportfest ihre Leistungen testen. Doch der Spaß sollte trotzdem im Vordergrund stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017